ok let's go nummer eins müssen die von gestern noch aufholen also donnerblitze dreimal auf holz klopfen die werden wir jetzt machen kann man machen wir machen den multiplikator hoch also wir testen es mal auf schwer okay so die teams können wir ungefähr lassen hier machen wir einfach nur drei scheiß drauf ist man hier noch ganz egal einfach da rein weg was hat es halt gerade weg nein zwei haben wir gemacht nicht nicht 12 aber es scheint genauso wie sie zu sein ja so ja 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 Das war's für heute. Oh, hier ist Reza auf jeden Fall, good bye. Jetzt kommt mein Lieblingscharakter, also kannst du ja auf jeden Fall haben, wenn der irgendwann mal rauskommt, den wollen wir auf jeden Fall haben. Der macht einfach so Bock. Ja, toll. Wasser gegen Wasser ist halt auch nicht so einfach. Na, schwer ist schon deutlich schwerer muss man sagen. Letztlich unmöglich ne, so 1000 Punkte aber auf jeden Fall, aber die killen mich doch ganz schön. Das war natürlich jetzt ziemlicher bad luck, wenn man da nicht auf die Charaktere guckt. Aber 1000 reicht uns, wir sind Minimalisten Leute, von daher reicht uns das. 2000 könnt ihr gerne erreichen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Sollen wir die ersten beiden Stufen hier bekommen, bekommt man eigentlich alles was man braucht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die 2000 erreicht habt oder nicht, aber das ist absolut in Ordnung. So, das war's für diese Folge, danke fürs Zuschauen, danke fürs mitmachen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.